Willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie ihr bei Armat 2 und der Armat 2 Free Version in der Waffenkammer alle Hubschrauber, Waffen und anderes freischaltet. Dafür geht ihr zuerst auf euren Computer, eure Festplatte, wo ihr Armat 2 installiert habt, Benutzer, Benutzernamen, eigene Dokumente und den Ordner Armat 2. Dort findet ihr dann die Datei mit eurem Benutzernamen .armat2-profile. Die öffnet ihr mit dem Editor oder andere Programme, mit denen sich der Inhalt der Datei bearbeiten lässt. Dort drin sucht ihr dann nach Armory. Hier sieht man Armory Points, 100.000, das ist sogar die Zahl, bei der man alles in der Waffenkammer freigeschaltet hat. Bei euch stehen dann wahrscheinlich die Punkte, ob 0 oder keine Ahnung welche Zahl, wie viele ihr schon in der Waffenkammer erspielt habt. Da gibt es einfach 100.000, eine könnte auch mehr eingeben, das würde aber nichts bringen, weil 100.000 ist schon die Zahl, wo alles freigeschaltet ist. Speichert ab, schließt die Datei und eigentlich müsste man dann beim nächsten Start von Armat 2 in der Waffenkammer alles freigeschaltet sein. Bei der Version, also bei der Erweiterung Operation Arrowhead geht das leider nicht, weil in der Datei die Armory Points nicht vorhanden sind. Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen, Daumen hoch für dieses Video, falls es wirklich euch geholfen hat, favorisieren, das wäre auch ganz nett. Und vielleicht könnt ihr ja mal in die anderen Videos reinschauen. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.